Ich muss fokussiert bleiben und diese Mörder lösen, damit ich was ich tun muss. Schwer zu sein. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Gehe zum Abflussrost. Okay, ich glaub dann kommen wir oben wieder auf die Straße, würde ich mir zumindest vorstellen. Gehe zum Tunnel der Inszenierung. Okay, das kann nicht gelöst werden. Ich kann nicht budgeten. Ich kann nicht budgeten. Das ist natürlich schade. Was steht denn da? Notfallnummer Johanna. Gehe zum Kanalisationsdeckel. Öffne? Gehe zum Münsttelefon. Ah, fuck! Dafür brauche ich das kleine Geld. Das kleine Geld. Das Kleingeld. Das Kleingeld. Hm. Es ist schade. Kein Weg zu öffnen. Hm? Ich kann das nicht öffnen. Und das. Oh, das ist jetzt natürlich scheiße. Ah, verdammt. Hm. Ich schaue für eine Erklärung. Aber ich schaue, um zu hoch, nicht zu hoch. Ist doch egal. Gehe doch einfach den Weg. So schwer ist das nun wieder auch nicht. Okay. Das wird aber nichts. Gehen wir wieder zurück zu ihr. Warte mal. Warte mal. Kann ich da hinten auch noch? Aha. Nein. 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 Ah. Ah. Warte mal. Verdammt. Was kann ich denn da hinten machen? Hier ist aber nichts. Schade. Ach. Gehe zu. Die B-Street. Die kann ich also auch noch betreten. Okay. Schaue ich in den Müllkontillen. Gehe zu der Brim. Schaue ich mir mal das Telefonbuch an. als 83. Hm. Einen Moment. Äh. Wie war das? Johanna? 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 Ja. Hm. Ah. Johannes Johanna? Ja. Ja. 1-9-5-0-5. 1-9-0-5. 1-9-0-5. 1-9-0-5. Nutze das Telefon. Es ist aus der Ordnung. Okay. Was gibt es denn sonst noch außer Rickys Torten? Park Arcade? Fear's out now. Hier zur Bushaltestelle. No one is in there. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp art. If by look at you mean smell? I've already done that. Okay. Schade. Ah, da rede ich doch mal mit Dame der Nacht. Excuse me, ma'am. I'm afraid I don't have any spare change, miss. I'm a federal agent. Show some respect or I'll have you booked for solicitation. Sweetie. I'm not a hooker. I'm Lenore Edmund Mulch of the famed Pillotronics Edmund family. And I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. Okay. So I suggest you treat me with a little more respect. Respect. Nein. Wissen Sie etwas mit Leiche am Fluss? I don't know anything about the body by the river. Oh, sweetie. Yes, yes, yes. So glad someone is finally getting rid of it. But one does hear things and I do have an inkling of who might be connected to this nasty business. Und wer? Tell me who you think is connected to the body. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Tell me what you know. Actually, no, I can't do this. The human reputation is at stake. Spill the beans, trust fund Barbie. Fine. It was my sister Dolores. She abandoned our family and the business to become a... pirate. Uh. Flooring inspector. No, 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 no. It was far worse. She became. A video game developer. It all started a few years back. Oh my gosh. She only wanted one thing. To be a game designer for that awful game company. Mucus phlegm. Uncle Chuck wanted something else for her, but no. She was too selfish. Only wanted to make stupid adventure games. I've got to get out of this town. Uncle Chuck wants me to program his factory computers. But I just want to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus phlegm games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. In fact, I should check the mailbox and see if it's arrived yet. Thank you. Hm. What? What? Was? Uh, uh, okay. Was zum... Ich bin gerade etwas überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, finde den idealen Job. Das ist, äh, ne schöne Aufgabe. Öffne die Tür. Hi there, George. I was just about to check the mail. Great timing. You still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Yes, hopefully soon. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not gonna make your Uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here? I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Sure. It's what we dedicated government employees do. Walk all the way out into the country to deliver a magazine. Exactly. It's Bite Me World. The best computer magazine ever. Wow. An Ad for a job at Mucas Phlegm Games. My favorite game company. I hear they make movies too. Okay, jetzt muss ich mich erstmal mit meinem Computer verbinden. I'm dialing the Mucas Phlegm Modem number. Modem number. It's connecting. I can't believe my computer is connected to Mucas Phlegm. Welcome to the new online Mucas Phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple Mucas programming questions. Then print out the application and send it to Mucas Phlegm. We'll get back to you in exactly five days. What is your name? Ähm. Thank you. What is your address? Ach du Scheiße. Äh. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Ähm. Basic? Caramba. Please answer the following questions about our proprietary Mucas programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. Variables can be modified while debugging your program. Was? Was? Falsch. Thank you for taking the Mucas Phlegm programming test. Unfortunately, you did not pass. Feel free to study up and take it again. I need to go find a book about Mucas programming. Ach du Scheiße. Ah. Geh zu Büchern. Äh. Schaue. These are my Anne of Green Gables books. Maybe someday they'll do a TV show. Okay. Ich weiß überhaupt nicht, ob die ganzen Sachen, die ich da angegeben habe, vollkommen richtig waren. Hm. Es sagt, es gibt ein Buch über Mucas hier. Es ist in Sektion 3.1. Sektion 3.1. Okay. Ah. 1.3. 2.5. Was steht denn auf dem Schild? 3.1. Es sagt, aus der Ordnung. Ah. Das ist natürlich schlecht. 3.1. Das ist natürlich schlecht. 3.1. Oh, okay. Oh, okay. Okay, Dolores. important government job it's a letter to my uncle chuck it's a letter to my uncle chuck has expected the post offices i'd better not open it uncle chuck would know if i read it if the envelope is ripped okay schade öffnen um es ist es der book on mucus here it's in section 3.1 the sign says it's out of order oh komm schon das ist ne wendeltreppe i can't reach that hm da sind ja die ausgefüllte bewältigung von oncle chuck in seinem zimmer ja wahrscheinlich ist es aber da oben das buch nun gut dann müssen wir hier erstmal anders vorankommen so wo könnte jetzt der raum von oncle chuck sein entweder ist es oben in diesem blöden labyrinth ah das hier ist die küche okay mhm sieht ja lecker aus drücke mhm öffnen schade ricky lee's fame ricky lee's famous thimbleberry pie hot from the oven this thimbleberry pie is a miracle ok dann müssen wir jetzt wohl oncle chuck finden öffnen ok das scheint schade ich habe gedacht das wäre jetzt parallel zueinander die tür hier ui ok wie sieht es mit der hier aus was was zum ok die tür hier dann eben mal die mittlere tür ach er wollte mich doch mal verarschen ich meine jetzt ehrlich wo ist oncle chuck mhm das vielleicht was mit den lampen zu tun franklin you idiot ah i'm just trying to you know help is that yelling don't gag me i hope my dad and uncle chuck aren't fighting again and since most of the machinery at the pillow factory is lying fallow i've come up with this you know great plan to repurpose them we can use them to make you know plush toys franklin you idiot the company is pillowtronics not stupid plush toytronics we make pillows what do you think that would do to our credibility our reputation ok chuck you're right but uh what's up all night working on the business plan maybe you could just you know look at it streitender familie oh no it's a pillow factory are you two fighting again i'm getting so sick of this your brothers take a chill pill you started the pillow factory together won't you ever stop fighting about it nothing you need to worry about dolores right franklin old brother ah yes you know your uncle and i were just uh you know talking business i have some work to do dolores can you get my point eight millimeter point tip soldering iron you know uncle chuck you should use a two millimeter flat tip and you never heat your solder hot enough that's my favorite niece i can't wait for you to take over the pillow factory i know you'll keep the edmund pillow dream alive ja das glaube ich irgendwie nicht ähm rede mit ihm hallo my favorite niece ja ich bin immer noch hier uncle chuck i have something for you what is it dolores a letter george the postman just delivered oh i've been expecting this i'll deal with it later ok cat 509 tails peitsche ok äh schau ich mir erstmal an it's a whip made out of network cables the label says it's called cat 509 tails produced by get digital.eu a peitsche i guess uncle chuck was an impatient system admin back in the day eine peitsche ach du scheiße ach du scheiße ich will gar nicht wissen wofür das da oh ne 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 hello my favorite niece thanks for chatting uncle chuck why don't you practice your ASCII conversion all my trons rely on it ok uncle chuck ja ja geh zum robotern rede mit dem robotern na das geht nicht nutze den robotern das scheint nicht funktioniert geh zum regal oh dolores, dolores, dolores how many times have i told you not to touch my things but as soon as you've taken over the pillow factory they're all yours to do with as you wish it's a letter to my uncle chuck the stamps haven't been cancelled oh ok so in his bed my dear dolores i know how you like to use my equipment and you may use it all you want as soon as you've taken over the pillow ok we müssen doch mit ihm reden scheinbar hello my favorite niece oh i just wanted to say how much i love you uncle chuck i love you too dolores i can't wait for you to take over the pillow factory and restore the family heritage hm ah ja ok das hat irgendwie nicht so funktioniert hello my favorite niece ja 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 ähm i just wanted to say how much i love you uncle chuck ok es geht nichts anderes ja 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 bla 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 ich kann ihm das also nicht sagen geht's nicht scheitern hm mhm dolores you know i can't work in the dark please turn the lights back on after you've taken over the pillow factory you can turn off the lights all you want ok dann öffne gemä geht das wohl dolores my dear don't touch the painting you'll get access to it and what bla 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 wofür könnte ich diese peitsche gebrochen hm das clock looks vaguely familiar maybe more highly rendered and smoother pendulum action also das ist nun aus einem früheren spiel ah gut dann reden wir mal mit duck sprich duck hi duck what are you digging alright dolores i'm just digging stuff in the front green mostly holes oh then a boy is looking at all the entire day ok duck you're doing a good job ta dolores pfff Benzinkanister diggin 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 it's special gas for chainsaws only it's pretty full ah ok taken in the front green rein rein hier ja wir haben immer noch das problem dass wir nicht zu 3.1 kommen the sign says it's out of order wen interessiert diese ne die ganze einfach oder oh das geht echt weit nach oben Was ist das denn? Nehme, äh, Monarche, da. Das folgende Buch ist privat und vertraulich und nicht jede und wird strafrechtlich verfolgt. Copyright Bob, Bob Bob. Lukas Arzimmer. Das ist die beste Adventure-Skript-Sprache. M.M. Lukas. Das ist die beste Sprache. Wurde das erste Mal im innovativen Spiel Menschen-Menschen genutzt. Es ist kooperative Multitasking-Sprache, bei der mehrere Skripte gleichzeitig laufen. Erlaubt bis zu 256 lokale Raumvariablen, funktionieren, können bis zu 8 Parameter haben. Der Debugger läuft auf einem separaten Monitor. Variablen können während des Debugns modifiziert werden. Okay, kompilierte Skripte werden für den Vertrieb in MFL-Dateien gepackt. Verkaufsversionen werden mit unknackbaren XOR verschlüsselt. Acht Darsteller können gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Raumhintergründe werden in Zeichensätze komprimiert. Beim Scrollen wird der Bildschirm um 8 Pixel bewegt. Bis zu 256 Geräusche können pro Spiel definiert werden. Okay, ähm... Hm, das wird auf jeden Fall lustig. Ich kann nicht das erreichen. Die meisten Bücher in der Bücherei wurden von den Bäckern und Supportern des Spiels geschrieben. Diese sind für den Inhalt verantwortlich. Sie wurden deswegen auch nicht übersetzt. Ah, ich habe wenigstens ein bisschen Ahnung von... Ah, ich habe wenigstens ein bisschen Ahnung von... von Ash Martin. Aha. Das ist natürlich nicht... Ah, okay. Schade. Ich habe gehofft, da würde jetzt irgendwas über unserem Mond drinstehen oder das wäre irgendwie eine Aufzählung. Aber trotzdem, interessant. Hochinteressant. Das finde ich auch gar nicht schlecht, dass die alle von den Supportern und Bäckern... ...beschrieben worden sind. Öffne. Öffne. Öffne die Tür hier. Hier zum Computer. Nutze den Computer. Na komm. Das finde ich auch gar nicht. Hier stetsch. Äh, so. Die nächste Frage. Wie viele Akteure können Sie in einem Moment bezeichnen? Die nächste Frage. Wie viele Raum-Lokal-Variable sind da? Danke für den Prozess der Mucos-Flem. Herzlichen Dank. Du hast den Prozess der Mucos-Flem. Der Prozess der Mucos-Flem. Ja, ich habe alle Mucos-Flem. Ich bin bereit für die Applikation. Hm, ich habe meine Job-Applikation geprintet, aber die Seite ist blank. Vielleicht ist der Printer aus Inke. Vielen Dank machen wir in der nächsten Folge.